Hallöchen und Willkommen zu meiner ersten Gegenüberstellung zweier sich ähnelnder Spiele. In diesem Video möchte ich die Spiele und deren Unterschiede für euch ersichtlich machen. Zunächst möchte ich gerne eins loswerden. Ich für meinen Teil habe zuerst Dauntless gezockt und bin dann auf Monster Hunter World umgestiegen. Ich versuche bei den Fakten der jeweiligen Spiele zu bleiben und euch meine Eindrücke zu jedem Spiel zu erläutern. Es sind beides alleinstehende Titel und das dürfen sie auch sein. Sie werden trotzdem gerne miteinander verglichen. Einige dieser Vergleichsvideos habe ich mir angeschaut. Eines davon ist mir besonders aufgefallen. Es war kein anderes als das von GameStar. Dieses Video soll die Unterschiede der beiden Spiele zeigen. Was mich auch genau dazu gebracht hat, dieses Video hier zu machen. Ich möchte nämlich gar nicht weiter auf das Video eingehen. Kurz und knapp, das Video ist sehr gut, nur zeigt es leider nur in geringem Maße die Unterschiede der beiden Spiele. So, nur genug gebabbelt, jetzt geht's los. Wir fangen bei dem Punkt Grafik an. Monster Hunter World, realistischer Grafikstil, asiatisch angehaucht, typisch Capcom halt. Dauntless, Comic-Grafik vergleichbar mit Fortnite. Der nächste Punkt war für mich anfangs bei Dauntless gar nicht so wichtig. Später jedoch im Vergleich zu Monster Hunter World hat es einen größeren Unterschied gemacht, als ich gedacht habe. Die Story. Bei Dauntless startet man als frisch ausgebildeter Slayer ins Spiel. Hat anfangs eine Videosequenz, wo gezeigt wird, dass der Charakter, den man spielt, eigentlich recht robust sein müsste. Da er erst mal 20 Meter aus dem Luftschiff fliegt und dann noch recht unsanft landet und sich überschlägt und überschlägt und herunterfällt und am Ende einfach wieder aufsteht, um seine erste Jagd zu beginnen. Weiter geht die Story in Dauntless hauptsächlich über die Quests, also wer dort mitkommen will, immer schön lesen. Und genau hier ist wohl der Punkt, in dem sich die Spiele meiner Meinung nach krass unterscheiden. Monster Hunter World startet ähnlich. Wir sind ein Jäger der fünften Flotte, eine Forschungskommission, die schon etwas länger in der sogenannten neuen Welt forscht. Als Neuling in der Spielwelt lernen wir recht schnell eine Wildexpertin kennen, die uns für den Rest des Spiels begleiten wird. Wir jagen wenig später unser erstes Monster. So, und wo liegt jetzt der Unterschied? Es gibt mehrere Cutscenes immer mal wieder im Spiel, die auch meist synchronisiert sind. Meiner Meinung nach gelingt es somit gut, den Spieler in die Geschichte des Spiels zu entführen. Neben diesen Cutscenes gibt es immer mal wieder Dialoge zum Lesen. Wer möchte, kann also so auch eine Menge über die Spielwelt und ihre Geschichte herausfinden. Die Hauptstory geht viel weiter und wird vor allem tiefgründiger, denn alles, was in dem Spiel passiert, hat seinen Grund, dem wir immer mehr und mehr auf die Schliche kommen. Hier klinke ich mich aus, aber ich kann euch sagen, ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Spielwelt Bei Dauntless ist Ramsgate unsere Stadt und der Ort, an dem wir uns zwischen den Jagden aufhalten, Waffen und Rüstungen herstellen und verbessern können. Es gibt noch mehr NPCs, wo wir sogenannte Use Items herstellen können oder Zellen miteinander verschmelzen können, aber dazu später mehr. Von Ramsgate aus meldet ihr euch über das Menü oder über eine Questtafel für einen Hand oder Patrouillen an. Private Jagd oder Mehrspieler, das ist euch überlassen. Die Hans finden ausschließlich auf schwebenden Inseln statt, die ihr erkunden und um einige Ressourcen erleichtern könnt. Jedoch sind diese nicht besonders groß. Man filmet sich also schnell auf den sich später zufällig abwechselnden Inseln zurecht. In Monster Hunter World ist es ähnlich. Hier gibt es ein Forschungslager, welches sich Asthera nennt. Hier könnt ihr ebenfalls Ausrüstung und Waffen herstellen sowie verbessern. Von hier aus könnt ihr bei eurer Wildexpertin oder auch an einer Questtafel entweder der aktuellen Aufgabe nachgehen oder optionale Quests machen. Anders als bei Dauntless können Freunde auch bei bereits begonnenen Jagden als Hilfe kommen. Entweder sie sind bereits in eurer Spiellobby und können eurer Quest beitreten, alternativ können sie einem von euch abgefeuerten Notrufsignal folgen und eurer Jagd beitreten. Die Jagden finden dann in unterschiedlichen Gebieten statt, je nachdem welches Monster ihr jagen wollt. Die Gebiete sind meiner Meinung nach deutlich größer und sind detaillierter dargestellt. Vorsicht, es gibt nicht nur das Monster, auf das ihr es abgesehen habt auf der Map. Auch andere Monster streifen umher. An der Versammlungsstätte mit den Freunden oder auch mal alleine ein Bier nach dem anderen reinziehen, um den Erfolg der Jagd zu genießen. Manchmal eben auch zwei oder sich komplett zulaufen lassen, aber das ist eure Entscheidung. In Asterra gibt es noch andere Dinge zu entdecken. Ich nenne mal zwei Beispiele. Ihr könnt in einem Garten für die Herstellung verschiedener Sachen selbst Pflanzen anbauen, die nach absolvierten Quests oder Expeditionen wachsen und später geerntet werden können. Wer kann schon richtig auf die Jagd gehen mit einem leeren Magen? Zeit zu essen. Die Kantine bietet für jeden Geschmack etwas an. P.S. Essen lohnt sich wirklich. Gameplay. In Dauntless sowie in Monster Hunter World geht es darum, Behemoths bzw. Monster mit verschiedenster Auswahl an Waffen und Rüstungen, die euch zur Verfügung stehen, zu klatschen und aus den erbeuteten Teilen weitere Ausrüstung und Waffen herzustellen. Wenn man also eine komplette Rüstung oder Waffe des jeweiligen Monsters haben möchte, wird dieses dementsprechend oft gejagt, um am Ende mit der neuen hergestellten Errungenschaft anzugeben und noch ein wenig stärker zu sein als vorher, um es mit den neuesten Monstern, die stärker sind, aufnehmen zu können. Hierzu gibt es in beiden Spielen verschiedenste Variationen, die ich euch im direkten Vergleich zeigen möchte. Waffen sowie auch Rüstung haben in beiden Spielen verschiedenste Elemente, die gegen verschiedene Monster oder Behemoths eingesetzt werden können, denn von ihnen hat jedes seine Schwächen gegenüber den Elementen. Bei Dauntless gibt es so beispielsweise Feuer, Eis usw. Später auch außergewöhnliche Elemente wie Schatten und Licht. Im Monster Hunter World gibt es neben dem Standard wie Feuer und Eis andere Elemente wie Schlaf, Explosion und Drache und natürlich viele mehr. Dauntless hat verschiedenste Waffen, vom Hammer über die Kettenklingen bis hin zu den Repeatern. Alle mit ihren eigenen Fähigkeiten, Kombinationen und Modifikationen bieten sie ein gutes Waffenarsenal. Hier ein paar Beispiele. In Monster Hunter World ist es ähnlich. Hier gibt es jedoch eine größere Auswahl an Waffen, die sich ebenso mit verschiedenen Kombos und Modifikationen völlig verschieden anfühlen wie bei Dauntless. In Dauntless hatte ich das Gefühl, mich einfacher an die Waffen zu gewöhnen, wenn ich sie ausprobiert habe und das ist positiv. Die Kombinationen und die Handhabung der Waffen unterscheidet sich deutlich voneinander. Mein Gefühl war es, dass es insgesamt leichter ist, sich in die Waffen einzufinden und dementsprechend auch ordentlich Schaden an den Behemoths machen zu können. In Monster Hunter World haben die Waffen teils eine komplexere Herangehensweise. Hier gibt es, angefangen beim Großschwert, über den Bogen und Doppelklingen noch Bogans oder auch Lanzen als Auswahl. Beispiele hier. Die Lanze zum Beispiel trägt man zusammen mit einem Schild, welches einen großen Teil des eingehenden Schadens blocken kann, teils sogar für einen Moment unverwundbar macht. Diese Lanze spielt sich doch so unglaublich viel anders, sowie eine Menge anderer Waffen in diesem Spiel auch. Der Charakter bewegt sich träge und langsam. Derjenige, der sich beispielsweise dazu entschieden hat, mit den Doppelklingen zu spielen, welche eine schnelle Reihenfolge an Schlägen mit sich bringt, muss sich auf eine ganz andere Spielweise gefasst machen, wenn er die Lanze ausprobieren will. Perks. In Dauntless werden die Perks oder besser gesagt die Fertigkeiten, die auf den verschiedenen Rüstungsteilen sind, mehr und mehr eine entscheidende Rolle spielen, die sich auf den Spielstil des jeweiligen Spielers auswirkt. Möchte man also mit dem Hammer ein ordentlicher Kloppy sein, nimmt man sich wahrscheinlich unter anderem die Fertigkeit Knockout-König und Überwältigen mit. Damit sind die Monster öfter betäubt, fallen zu Boden und so weiter. Wie gesagt, das hängt stark vom Spielstil des jeweiligen Spielers ab und kann auch variieren. In Monster Hunter World gibt es auch Perks, die auf den jeweiligen Rüstungsteilen drauf sind. Jedoch anders wie bei Dauntless nicht auf den Waffen zu finden sind. Nur durch Dekoration, dazu gleich mehr, können Perks auf den Waffen angebracht werden. Ich habe bisher nicht viele dieser Fertigkeiten in Anspruch genommen oder mich viel damit beschäftigt. Das sollte ich mal tun. Zellen und Juwele In Dauntless gibt es Zellen, die man später im Spiel nicht mehr ignorieren sollte. Diese haben nämlich, je nach Name, eine andere Fertigkeit zu bieten und können in Waffen sowie Rüstung eingebaut werden. Diese Zellen gibt es in verschiedenen Wertigkeiten von grünen Zellen, die jeweils nur plus 1 von der jeweiligen Fertigkeit bieten, über blau, die plus 2 bis hin zu lila, welche plus 3 von der jeweiligen Fertigkeit bieten. Es dauert eine Weile, wenn man nicht gerade dazu bereit ist, ein wenig in den Geldbeutel zu greifen, bis man diese lila Zellen selbst zusammengebastelt hat. Mich hat es jedoch nicht gestört. Ich kam auch mit der Zeit an diese Zellen ran. Und auch so kann man in Dauntless gut spielen, ohne einen extremen Nachteil zu haben, wenn man diese Perks oder Fertigkeiten noch nicht zu hoch zur Verfügung hat. Juwele gibt es im Vergleich bei Monster Hunter World. Sie haben ziemlich das selbe Prinzip wie die Zellen. Je nach Wertigkeit des Juwels geben sie plus 1, plus 2 oder plus 3 zu den Fertigkeiten. Bisher habe ich recht wenige dieser plus 3 Juwelen finden oder erbeuten können. Diese Juwele werden dann in die dafür vorgesehene Rüstung als Dekoration eingearbeitet. Haken hier ist, nicht jede Rüstung und Waffe hat einen solchen Slot, wo Dekoration verwendet werden kann. Use Items Meiner Meinung nach einer der größeren Unterschiede der beiden Spiele. Man kann in beiden Spielen auf den Maps, wo die Behemoths bzw. Monster zu finden sind, sich Kräuter oder anderes sammeln. In Dauntless gibt es jedoch weitaus weniger zu sammeln als in Monster Hunter World. Hier mal ein kleiner Vergleich. In Dauntless hat man seine 5 Standard-Heiltränke, für die man keinerlei Kräuter sammeln muss. Bei jedem Hand sind diese automatisch mit dabei. Optional kann man zusätzlich noch andere Gadgets mitnehmen, wie beispielsweise ein Elixier, das den ausgeteilten Schaden erhöht oder wieder ein anderes, welches Lebensraub für eine gewisse Zeit für alle Spieler erhöht. Sprich, vor dem eigentlichen Hand Kräuter und andere Dinge sammeln und man ist ganz gut dabei. Aufgepasst, die anderen Spieler, mit denen ihr eventuell auf Jagd seid, sind etwas ungeduldiger und möchten den Hand vielleicht schneller hinter sich bringen als ihr. Dann solltet ihr das Sammeln abbrechen und ihnen zur Hilfe eilen. Bei steigendem Slayer-Level gibt es die Möglichkeit, dass von einer Pflanze zwei gesammelt werden können, was die Prozedur deutlich vereinfacht. Ich habe wenig für Hans angemeldet, nur um Kräuter zu farmen und für meine Bedürfnisse hat es bisher immer super gereicht. Monster Hunter World? Heiltränke? Selber herstellen. Spezielle Munitions für Bowguns oder den Bogen? Zutaten sammeln und herstellen. Fallen und spezielle Munitionen für die Schleuder, beispielsweise eine Fallgrube oder eine Blendkapsel? Dreimal Dephtelraten. Selbst herstellen. Dazu gibt es die Möglichkeit, in Monster Hunter World auf eine sogenannte Expedition zu gehen, wo man sich frei auf der ausgewählten Map bewegen kann und so verschiedene Ressourcen zu sammeln. Und glaubt mir, davon gibt es genug. Viel Spaß beim Sammeln und Erforschen, was es alles zu entdecken gibt. Zusätzliche Unterschiede. Slayer-Level, Behemoth-Level und Waffen-Level. In Dauntless gibt es neben dem Slayer-Level, welches euch Dinge wie verbessertes Kräuter sammeln oder mehr Grundleben, das ihr zur Verfügung habt, bringt, noch die sogenannten Behemoth-Level. Diese könnt ihr erhöhen, indem ihr verschiedenste Aufgaben bezüglich der Behemoths macht. Beispielsweise die Behemoths mit der Rüstung, die ihr aus den Teilen von diesen erstellt habt, zu töten. Teile brechen, Schaden an ihnen machen, betäuben und so weiter. Das Behemoth-Level bringt euch verschiedenste Dinge ein. Eine höhere Chance, von Behemoths Teile zu brechen, bis hin zu der Möglichkeit, eure Rüstung weiter aufrüsten zu können. Das Waffen-Level erhöht sich logischerweise, je öfter ihr mit einer Waffe spielt und mit den verschiedensten Elementen der jeweiligen Waffe Schaden austeilt, Teile brecht und so weiter. Steigt ihr im Waffen-Level, so schaltet ihr neue Modifikationen für diese frei und könnt eure Waffe später höher und höher aufwerten. Ranking-System. Seit dem neuesten Patch kann man gegen einige Behemoths, die modifiziert wurden, das heißt verschiedene Fähigkeiten anderer Behemoths gleichzeitig aufweisen, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen begegnen. Wie sich das verändert hat, weiß ich nicht, aber ich denke ein modifiziertes Behemoth in der Woche oder im Monat. Dann wechselt das Ganze. Wie gut seid ihr? Besiegt die Behemoths so schnell es geht, um im Ranking ganz oben mitzumischen. Wenn ihr so richtig gut seid, dann werdet ihr in Ramsgate auf eine dieser Tafeln stehen. Trainingsstätte. Die meiner Meinung nach nützlichste Sache, die Monster Hunter World im Vergleich zu Dauntless zu bieten hat. Hier könnt ihr eure Ausrüstung und vor allem die Waffen testen, mit denen ihr noch üben wollt, um besser zu werden. Zeitlich unbegrenzt könnt ihr auf Dummies oder verschiedenen Fässern herumprügeln, bis ihr jede noch so komplexe Kombo eurer Waffe beherrscht. Bitte Dauntless, fügt so etwas in der Art auch ein! Palikos In Monster Hunter World gibt es sogenannte Palikos, die euch im Spiel durchgehend tatkräftig zur Seite stehen, wenn es alleine oder zu zweit mit einem Mitspieler gegen die Monster geht. Die kleinen Begleiter unterstützen euch mit Heilung, indem sie von der euch auserwählten Rüstung angreifen und den Gegnern somit moderaten Schaden zufügen. Sie können mehr und mehr Gadgets bekommen. Wie? Das findet ihr besser selber heraus. Schnurrupp Safari Ihr schaltet mit der Zeit eine sogenannte Schnurrupp Safari frei, welche ihr in eurem Zimmer losschicken könnt. Ihr wählt aus, welche Zusammenstellung der kleinen Helfer losgehen soll, um im jeweiligen Gebiet Dinge zu sammeln, Monster zu töten und euch danach die Sachen, die sie erbeutet haben, schön mit nach Hause zu bringen. Revierkämpfe Ganz anders als in Dauntless gibt es in Monster Hunter World Revierkämpfe unter den Monstern, die sich auf der Karte befinden. Gibt es einen Revierkampf zwischen dem Monster, das ihr jagt, und einem anderen, dann wartet besser ab. Revierkämpfe können sich positiv auf eure Jagd auswirken. Sets Euch gefallen verschiedene Kombinationen eurer Waffen und eurer Ausrüstung? Speichert diese in verschiedenen Sets ab. Euch gefallen bestimmte Objektzusammenstellungen, die ihr vor jeder Jagd gerne auffrischen wollt? Speichert sie euch als Sets. Bitte, bitte Dauntless, übernebt das. Es erleichtert den Spielern das Leben sooo sehr. Fazit Dauntless hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und war für mich ein perfekter Einstieg in die mir bisher unbekannte Nische von Action-RPG mit hohem Grindfaktor. Dauntless hat genauso wie Monster Hunter World einen hohen Wiederspielwert, alleine durch den Grind der einzelnen Ausrüstungen, Waffen und Level. Wer also kein Geld ausgeben möchte, ist mit Dauntless gut dabei und kann eine ganze Menge Spaß haben. Mit bis zu drei Freunden kann man sich auf die Jagd nach den Behemoths ins Abenteuer stürzen und sie zu Fall bringen. Die Behemoths und ihre Mechaniken sind eine Herausforderung, die einiges an Übung abverlangt und trotzdem eine gute anfängerfreundliche und später befriedigende Lernkurve bieten. Wenn es jedoch in Richtung Endgame geht, was durch die recht schnell absolvierte Questreihe passiert, wird es zunehmend vorausschaubar repetitiv. Und damit meine ich, will ich eine Waffe oder diese Ausrüstung hochbringen, muss ich drei von diesen Patrouillen machen, danach mache ich zwei von den anderen Patrouillen und dann noch sieben von den etwas schwierigeren Patrouillen, um an die Steine zu kommen, die für das Aufrüsten der Rüstung oder Waffen unverzichtbar sind. Die Teile bekommt man fast automatisch dazu, nur in seltenen Fällen oder eben in den ganz oberen Aufwertungskriterien benötigt ihr Teile, die ihr farmen müsst. Das Bezahlmodell von Dauntless ist fair und bezieht sich neben den hauptsächlich kosmetischen Dingen nur in geringem Maß auf die im Spiel erhaltenen Gegenstände wie verschiedene Items, um Rüstungen aufzuwerten. Jedoch keine Items, die ihr von den Monstern an sich bekommt. Somit bleibt der Grindfaktor und die Fairness gegenüber den Free-to-Play-Spielern vorhanden. Wer doch ein bisschen Geld übrig hat, 25 Euro bei den entsprechenden Seiten unten verlinkt, kann noch ein bisschen mehr Spaß erleben und neben dem Spielen mit Freunden, ebenfalls in Partys bis zu vier Personen, eine gut strukturierte Story erleben und neben dem Jagen von Monstern, eine zwar instanzierte, aber doch offen gestaltete Welt erleben und in diese liebevoll gestaltete Welt eintauchen und sich einen Namen als Jäger machen. Nachdem ich nun beide Titel ausgiebig gespielt habe, muss ich sagen, dass Monster Hunter World von den beiden Spielen mehr Tiefgang bietet. Die Story ist interessanter als die Quest-Reihe in Dauntless und die Vielfalt an Waffen, Usable Items, ist deutlich größer. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass auch dieses Spiel anfängerfreundlich ist. Es bietet neu einsteigenden Spielern genug Raum, um das Spiel kennenzulernen und die Mechaniken nachvollziehen zu können und sie zu meistern. Nach über 100 Spielstunden bin ich nun mit der offiziellen Story durch. Jedoch scheint es nicht das Ende zu sein. Das Level-Cap ist aufgehoben und ich kann mich nun weiter ins Abenteuer stürzen und immer stärkeren Monstern entgegentreten und meine Ausrüstung weiter und weiter verbessern. Nur so als Beispiel. Ich bin nun Jägerrang 29 und habe Event-Quests, die erst ab Jägerrang 50 sind. Wer weiß also, was da noch so alles auf mich wartet. Grundprinzip der beiden Spiele ist ähnlich und Monster Hunter World bietet deutlich mehr Content, der sich nicht nur auf das Töten der Monster bezieht, sondern größtenteils optional im Spiel erledigt werden kann. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein faires Feedback und einen guten Einblick in beide Spiele geben. Feedback an mich könnt ihr gerne auch in den Kommentaren da lassen. Und nun sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis denn.